Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft zusammen mit dem Lennart. Und wir sind hier gerade bei dem Pferdestall. Es geht los auf Filmmetro. So, das sind wir wieder. Mit Musik. Ah, ich brauche Zäune, weil David meinen Stall aufgemacht hat. Hilfe. Ach man. Ich bin Level 22. Oh nice. Let's Play Minecraft zusammen mit dem Lennart. Das wäre ziemlich geil. Könnte ich dann auch vielleicht ein, zweimal fischen, angeln? Aber wenn ein Zauberbuch rauskommt, kriege ich das. Ja, kriegst du. Wir haben kein... Ach man, das Problem ist, ich wollte jetzt richtig geil bauen und so. Das Problem ist, wir haben kein Holz. Ich habe auch jetzt keinen Bock, Holz zu fahren. Übrigens, wir nehmen jetzt nicht so lange auf. Nimm ich nämlich gerade. Alleine. Wir sind gerade. Nee, haben wir jetzt überhaupt nicht in der Begrüßung gesagt. Ja, nee, aber ich meine so, nur dann, falls ich mich wundern, hör, was du, hör, hör. Ich meine, die Leute wundet sich doch. Hör, 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 hör. Und damit hast du gesagt, es ist all dein Zuschauer Spaß. Oh ja. Das stimmt aber nicht, ich habe nur gesagt, das stimmt nicht. Ja. Ich glaube, ich erfahre mir jetzt Leben. Versuch ich erstmal braun? Ich habe hier gerade so viele Wasserflaschen im Winter. Ne, das mache ich irgendwann später. Ah ja, Lennart. Ja? Du hast doch das Postal bei dir angemacht und bei uns ausgemacht, ne? Welches Portal? Hellenportal. Nein. Okay, weil das Portal in der Kirche ist plötzlich aus und ich bin letztendlich noch ein halbes Jahr, ich bin dann bei dir oben rausgekommen, weil ich Klosung geholt habe und dann bin ich fast geverreckt. Ah ja, weil du da runtergefallen bist, ne? Ja. Musik ist saulaut. Warum werde ich dich nicht mal runterstellen auf zwei? Auf eins. Ich werde die, glaube ich, mal aufrollen. Ich möchte dich runterstellen auf eins. Sag mal, ich kann ja auch neu Musik mal machen, ne? Ja, mach mal. Kannst du vielleicht mal Musik machen, die ein bisschen, also, äh, du kannst mir auch, ah, ne, jetzt kann ich nicht selbst machen. Ne, aber, neue Musik machen, aber wenn du machst, bitte ein bisschen leiser, weil ich muss jetzt immer, Musik runterstellen auf zwei Prozent, wenn ich jetzt so laut mache, wie ich immer Videos gucke, mit Media Player, dann, äh, ne, ist es so laut, also, es ist so laut, also, es ist so laut, wie die jetzt, oder? Ja, es ist gut, außerhalb vielleicht so, nicht übertrieben, aber so, na, schon, ja. Ich fahre jetzt erst mal Leben, damit ich unten den Raum machen kann. Darum fehlt ihm noch eine Stufe. Egal. Ach, ja. Mach du das mal, obwohl du kannst das ja nicht. Ne, ich kann das nicht. Nein, ich mach das nicht. Sky, okay. Oh, mit wie viel Leveln soll ich eine Angelfahrt zaubern? Mach gleich mit 30, Alter, da kommt richtig keins Zeug. Kommt da immer Glück des Meeres, ja, oder? Das weiß ich nicht, ich hab noch nie eine Angelfahrt zaubert. Aber dann geh einfach kurz in die Monsterfalle und dann, ne, ist der Fisch rasiert. Ich bin schon Level 23. Was? Ich weiß. Julian, können wir mal ein Lego-Spiel explain? Für den PC meinetwegen. Für den PC? Ich hab halt keins. Ja, ich hab irgendwie acht oder neun Stück, weil die sind so geil. Die machen so Spaß und die kann man ja zu zweit spielen an einer Tastatur. Ja, wär geil, aber dann eher nicht für meinen Kanal, oder? Ja, ja. Natürlich. Also für deinen. Gut, okay. Ja, klar, können wir machen. Je nachdem, aber nicht so lange Lego-Spiel, weil sonst müssten wir uns immer mal wieder... Oder wir könnten... Du lädst ja sowieso nur jedes Wochenende zwei Videos hoch. Da könnten wir auch eine relativ lange Aufnahmes-Session machen, dann geht da nichts. Weil wenn wir dann... Ein Video geht dann bei dir so, keine Ahnung, 15 Minuten, sag ich mal. Dann, äh, nehmen wir wieder, keine Ahnung, eine Stunde oder zwei Stunden auf, ne? Dann hast du für ein paar Wochenende was. Weil, weil... Lässt du eigentlich immer nur ein... Alter, die Musik ist so scheiße laut. Ach. Warte. Ach, lass ich die Musik mal weg. Ich mach jetzt mal die Minecraft-Musik an. Ich hoffe, da kommt was. Ähm. Machst dann eigentlich... Du machst ja zwei... Also, jetzt gerade an die Wochenende die zwar nicht, aber... Du machst ja... Ja, dieses Wochenende hab ich das verpägt. Äh, du machst ja normal so zwei Videos an einem Wochenende die Witzel, zwei verschiedene Videos an einem Wochenende machen, also zwei verschiedene Let's Plane oder, äh, Let's Plays, nicht Let's Plane. Oder würdest du dann... Äh, nein, 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 nein. Ich würde vielleicht das Spiel jetzt erstmal fertig Let's Plane danach dein Lego-Spieler, aber ich möchte... Ich hab ja schon aufgenommen Minecraft Hardcore. Ah, ja. Du könntest ja auch, äh, äh, Minecraft Hardcore und, äh, Forst Anlicht parallel laufen lassen. Ja, will ich ja auch. Also, eine Folge Hardcore und zwei Anlicht, aber... Achso, zwei Anlicht, du könntest doch einfach immer sonntags Hardcore und samstags Anlicht. Ja. Möchte mal gucken. Fuck, ich hab kein Essen mehr. Scheiße. Ich hab noch einen guten Apfel und das jetzt zu essen wäre ein bisschen Verschwendung. Ach, hier hinten ist... Hier hinten in dem anderen so bisher noch richtig viel Leben. Ich will doch auch nicht alles wegsammeln. Hast du eigentlich schon mal meine unterirdische Melonen-Kürbisfarm, die ich grad anfangen gesehen? Hm, hm. Sieht gar nicht so schlecht aus mit dem... Ja, prob ich mir mal an. Harden-Clay, finde ich. Reicht ein Stack? Ich weiß es nicht. Ach, ich mach mal noch einen halben Stack, das soll dann reichen. Das ist ja noch die Hälfte von dem, was wir vorher hatten, mal drauf. So, ich hab eine gute Idee, du kannst gleich angeln gehen, weil das eh interessant hat für die Aufnahme. Und dann hat man kein Bock drauf. Früher hat man immer so gesagt, ja so, oh, angeln, ey, das ist so voll unspannend für die Aufnahme. Aber mach das mal nicht, lass mal die anderen machen, ja, ich möchte das ja auch nicht. Und jetzt ist das so, äh, ja, angeln kann relativ, äh, aufregend sein. Ja, kann auch sein. Ja, kann auch sein. Da kann es auch zeigen, was in der neuen Version halt gibt. Ja, ja. Juhu. Es sei darauf zu hören, aber du kannst dich nicht durchsetzen. Nee, nicht das, sondern erstens kann ich mich nicht dran erinnern, wenn ich mich jetzt gerade wieder aufnimmt, zweitens schreibt es nicht mal dara rein. Doch, in der Schule sagt er es nur. Ja, der. Super, das hab ich auf den Hörer. War auch so gemein. Na, ne. Oh genau, an halb 6. Tacx, 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 ich hab kein Essen mehr. Harottes Fleisch. Hm, 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 hm. Ei sind schwer. Und du willst hier den Server erweitern, mit dem Slot? Vielleicht, äh, vielleicht, weiß ich noch nicht. Aber es bringt das. Ja, momentan ist halt, deswegen. im Teil ist er halt noch unnötig. Aber der Server läuft ja sowieso gerade mit vier Slots noch bis etwa August 2014 weiter. Von daher hätte ich ja noch keinen Grund zu. Leute, wir haben ja gar keine Sticks mehr. Wir haben ja auch gar kein Holz mehr. Alter, alles weg. Ja, alles weg. Ich habe noch elf Eichen heute im Moment. Jetzt hätte ich aber noch mal ein bisschen abgebaut. Komm mal zu deinem Haus. Ich komme mal hin, okay. Ich glaube, dich hat jemand getreut. Höf. Die Stoffen habe ich jetzt repariert. Nein, dein neues Haus. Ja. Hast du schon gesehen? Ich glaube nicht. Ja, geschafft. Ich habe auch zwei Hungerkollner. Warum verließe ich so schnell Essen? Also Hunger. Ich schleiche ins Lager. Oh, bis zum Formier. Einst der Gruppenkottel. Danke, danke. Hast du das schon? Geht's schnell zu deinem Haus? Ja, ich komm, warte. Kurz richtig hinsetzen. Aber ohne Scheiß, es kommt gerade keine Musik. In die Kraft. Und kommt dann keine Musik. Dreimal vollgeklopft. Das war ich aber nicht. Ja, das war auch David. David ist der einzige Vollball. Warum hat er das gemacht? Der wollte, dass du dir Vollballen selbst entfällst. Alter, ist der Turm hoch. Meiner. Ja, David hat ihn noch ein bisschen hoch. Na ja, geht. Damit hat er ihn noch ein bisschen höher gemacht. Der geht bis zu den Wolken. Fast. Ja, stimmt. Das ist geil. Witzig, jetzt. Ich würde sagen, jetzt lässt er noch einen Block zulaufen. Dann machst du noch so, keine Ahnung, zehn Blöcke und dann würde ich aufhören. Das muss ich mal gucken. Ah, der Stall ist cool, oder? Ja, der ist wirklich cool, aber der ist auch wirklich Holzsatz. Und damit möchte ich aber kein Holzfahren. David baut irgendwie nur so richtig, ich weiß nicht, wie der das so verschwendet. Nein, der baut richtig episch, verbraucht aber auch so richtig, richtig viele Ressourcen dafür. Alter, guck mal, das sieht zwar richtig geil aus, aber der hat kein, guck mal, ich hab ihm irgendwie 236 Holz gegeben und der Farb sie einfach nicht normal. Das ist wohl unfair. Aber irgendwie hat er den Streit voll schnell gebaut, ne? Der hat wirklich richtig schnell gebaut. Aber er muss das Zeug dafür auch nicht fahren. Der war leckerlich so richtig bei mir. Das muss alles immer laden und so. Er ist bei mir aber auch so, aber das liegt eher an der Vision. An der Vision. Nee, eine Version. Kriegt eine Vision, äh, Vision nach Facken. Kann man noch irgendwo Kartoffeln? Aber ich hab grad welchen Meter. Oh, hier, auch nicht. Also ich hab' ich mir jetzt auch mal, ich geh kurz im Monster-Farm. Ich bin schon, der Witz. Ich bin 25. Ok. die Rückseite hier Nord aber im Kreis drehen dann auf den Hof zu greifen als Pinguin aber jetzt Pinguin so wir haben ansatztex durch A8 siehens Prozent 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 Achso was was als 6 durch 8 12 Prozent 23 ja um Scheiße ohne Scheiße ich finde ich in meinem eigenen Haus gerade nicht zurecht wie Obama aber das war es sicherlich es ist zu letzten Säser Ziel der Woche okay das so brauche ich an den ersten Seiten Arbeitstag nicht in seinem Haus Prozent in Weißen Haus zurück das ist aber relativ groß als Kanzleramt ist irgendwie viermal so groß so ist ich nicht Alter das weiße Haus und von Scheiße groß ich weiß und guck mal an den USA ist ein Land was keine Ahnung über mehrere hundert Millionen Einwohner hat Deutschland hat gerade mal 80 Prozent trotzdem haben wir ein cooleres Kultus genau das ist unser Haus unser Hut unsere Hut hallo unser Hut Julian ich hatte übrigens eine Idee den Kult wir können ja in jedem Spiel was wir spielen Jb machen als Plan also nicht Jb sondern Yb was die Jb gesagt keine Ahnung Jb ich hab einfach nicht drauf geachtet weil ich ja wusste was meins das ist der Klarname äh ist ja gut das ist eigentlich ziemlich geil ja keiner weiß wo er steht wo ich brenne jetzt mal ein paar Kaktien Kaktusen um das war nicht gut Prozent sagt gerade Lennart ich habe bei mir sagt ja nie was bei meinen Witzen wenn ich Julian und der jetzt gibt es wo er schiebt sein k k k nachher in dem Leben haupt in der Klinik so sagen die farbstoffe so verteilen verteilen und nochmal so 48 von beiden okay da gibt es immer noch was so sagten wir mal so wie viel habe ich denn wie viel bräuchte für diese Wände 1 2 3 12 zwölf von beiden hallo ok ok auch zwölf davon heißt doch 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 ja 28 übrig und zu verlieben Joppt, richtig gut nachgezählt. So, bis hier. Da habe ich eingelassen zu viel gemacht. Okay. Meistern, du, 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 nein. So, so. Ah, Hilfe, nein. Äh, hallo Kuiper. Nein, ich brauche doch... Ah, ne, vier, drei Stück reichen, okay. Nix gesagt, nix gesagt. Ganz normal Unsichtbarkeit und Unterwasseratmungstränke machen. Unterwasseratmungstränke geht erst mit diesem neuen Fisch, den habe ich noch nicht, wenn noch keiner nicht geangelt habe. Und Unsichtbarkeitstränke habe ich gerade irgendwie gerade keinen Bock drauf. Du kannst ja auch machen, ich habe einfach das Rezept. Ich weiß, was das Rezept, glaube ich, so war. Ja, eben. Früher dachte ich, Tränkebraunen wäre voll schwer, aber das ist eigentlich voll einfach. Ja, ja. Irgendwann, irgendwie bei allen Sachen ist das so, man, wenn es neu rauskommt, denkt man sich so, oh, voll schwer, aber irgendwann, bei Braun, ne. Ich hätte irgendwann mal total langweilig und er hatte, wusste ich mal, was ich auf YouTube gucken sollte, weil ich mir einfach mal Brautzutaten angeguckt von Meinkauf und jetzt kann ich immer noch alle. So, weil bei Kugelfisch bin ich nicht ganz sicher, aber, äh, ist auch neu und das ist eigentlich, ziemlich sicher, wie es gehen sollte eigentlich. Ich habe hier, glaube ich, auf dem Platz, wo das ausgedruckt steht. Ich schätze nicht mit dem neuen Kugelfisch, oder? Nee, da, nö. D. Ja, ja. Juh, die Kamer selbst ist eigentlich fertig. Die Kamer des Schreckens. Oh ja. Weil sie so scheiße aussieht, oh, hohohohohohoh. Ihhihihihihihihihihi. Oh, ja, ich bin schon, Herr von 28. und es gibt und die Verlösen in den Klammern bei der Händen zu spüren bei der Tat war ich nicht hat keiner gesehen und ich habe ich jetzt da war es noch dabei als Kloster geformt hat ich habe 56 Kloster gefahren also hier die Ja. Ich staub's. Ich staub's. Ich staub's. Ja, hab ich. Schön. Exor-Style. Helva. Was du gerade gesagt hast. Ja, schön. Exor und Tobias-Style. Ja. Schön. Wirklich? Ja. Ja. Okay, jetzt wetten können du, dass du jetzt nochmal schön wachst. Nö. Du bist zu schlaufe, ne? Und du bist zu schlecht im Wetten. Wirklich, wie es mein Gebiet. Ja! Geschafften Sprung. Würdest du jemals Trip-Poker spielen? Ne. Außer ich bin der beste Poker-Spieler. Und wenn du gut im Druck haben bist und die keine Ahnung davon haben. Weiß ich nicht. Hängt davon ab. Ich tauffe. Wenn du betrunken bist. Wenn ich betrunken bin, wenn die mich fragen und ich bin grad betrunken, dann wäre ich sehr wahrscheinlich, dass ich hier mal betrunken sein werde. Ja, klar. Julian, irgendwann werde ich so eine Party machen, da wird die Alkohol ins Getränk tun. Boah, das wäre so assi von dir. Und das traue ich dir leider so zu. Und du, da du kein Alkohol gewöhnt bist, wirst du dann sofort betrunken sein, wenn ich da Wodka reinschütte. Das kann sein. Am nächsten Tag wirst du so Kotzen und Kopfschmerzen haben, ich sag's dir. Du wirst mich so hassen. Oh, ich hasse dich jetzt schon dafür. Das wird so passieren. Ja. Allein ich dir schon zutraue, spricht eigentlich schon für sich. Ah, nein, spinn. Mario Hohanna. Bisschen Kokain. Es gibt übrigens ein Land, da wurde jetzt Mario Hohanna legalisiert, ne? Das erste Land der Welt. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Das ist so ein... Deutschland. Ja, klar. Das ist noch in der Unkleide beim Schwimmen, so. Da sägen wir so alle. Die weiß es gar nicht mehr. Was hat der ja gesungen? Warte, welchen Freitag war das? Diesen. Was hat der ja gesungen? Ne, das wurde noch mal gesungen. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Vuittchen. Ich bin in Deutschland. Ich bekippe Даже. Ich hab das bewusst. Ich bin in ein bisschen schwul, ich mein, eine kleine Kleider, ich hab das Gefühl. Nein, unsere Klassen ist doch nicht schwul. um ähm da wird erhören zuerst ähnter wenn man ein paar Spanier für die Schlag mit der Klinik er auf der Sonnaufnahme der Teilzeit wieder für dich voll krank war so dass es so verfolgen sollte ich das ist so verrückt ich bin noch nicht verrückt weil ich Paranoid bin Das ist voll normal Fühlst du dich nicht beobachtet Nein Ich aber Ich denke die ganze Zeit irgendjemand hat Kameras in meinem Zimmer installiert und so Vielleicht habe ich das ja, Lennart Oh, nein! 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 Creeper, Alter Der hat fast mein ganzes Leben in die Luft gejagt Und das war mein letzter Leben Hohohoho! Hahahaha! Du hast du grade was für die Zlagengegeben du? Was? Ich habe grade ein Zombie getötet, mit extralauter Klicken Julia hat schon eine Angel gemacht, tin verfit hier Herr Kahn er gemacht hand ich noch keine gültig bündig und content die Oktik die Bökel gibt künftig in die Götter die geblätterte dem Kühne durch Böbel wird geblättert Dürmer wird zu denungen da dritte zudem was jetzt vollstrau und zwar verschwindet in Blöcke Sondern die Blöcke, die ich hier habe, werde ich jetzt anders verwenden. Fuck, nein, Hilfe. Julian, wenn ich irgendwann mal älter bin und dann immer noch YouTube so angesagt ist mit Let's Play und alles sollte man betrunkenes Let's Play machen. Oh, weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht beantworten. Hallo, Leonhard. Kann ich mir eine Angel geben? Weiß ich nicht, wie man die craftet? Ich glaube schon. Weil ich habe gerade kein Zeug dafür dabei. Fäden. Genau. Sticks. Exakt. Aber ich weiß nicht, wie genau. Mit drei Fäden üben. Ja, ich weiß und zwei Sticks oder so. Aber ich habe noch nie eine Angel gemacht. Warte, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Hier unten. Das hier wird dann bis zum Melon angebaut. Warte, hast du gerade gesagt, hast du gerade irgendwie eine Hohe dabei oder so? Nein, du hast auch echt was. Was habe ich? So, so, so. Danke, Lenard. Ich frage mich, warum ich gerade zu viel einmal dabei habe. Äh, als du immer abgekackt bist. Komm jetzt. Ah ja, warte. Hier hast du für einmal. Nein, scheiße. Komm, sonst tödlich. Ich habe mein OP-Schwetterball. Ja, warte, 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 noch ganz kurz. Ist hier genug, redet nicht im Raum mit dem Gloucester, oder? Hier gibt nichts Wort. Übrigens, wir dachten ja immer, boah, Exo muss ich voll die Leine gecheatet haben, ne, weil er zu viel hatte. Die kann man craften, ich weiß. Ach ja. Ich lass mal Leine für unsere Pferde machen, das voll cool. Ich hab's in dem Video gesehen. Übrigens, ne, ich weiß, ich hab die Koordinaten, wo in die etwa 50 Pferde sind. Ne, wir können die doch eh züchten. Na gut. Aber wir sind auch weiße Pferde und schwarze Pferde und braune Pferde. Ja, weiße, äh, ja, weiß, dass eh das Beste. Nein, Spaß. Du bist so fies. Ja, guckte, er hat mal so, so richtig unschuldig, ja? Du hast mir einen Eimer zugeschmuggelt, du Lappen. Was? Hab ich nicht. Aua. Du schlägst mich, ich schlag einfach zurück. Ja, komm, jetzt mach ne all du Lappen. Ach, wir sollen den Angel machen, nicht. Ich muss, woher ich mich nicht anfangen soll. Ja, weil ich muss, wenn ich mich nicht anfle... Ja, weil ich muss, wenn ich mich nicht anfleeren kann, wenn ich das war. Mach jetzt du Stück gut. Du nutzst du Stück gut. Alter, wo ist die ganze Wolle hin? David. Und wo, wo sind die ganzen Fäden hin? Wir haben voll wenig. Ich hab noch welche, aber die hatte ich... Ja, David macht doch immer aus Fäden Wolle. Weil er so mit Wolle baut. So, jetzt kann ich dir gerne craften. Woh, äh, das ist noch was. Alter, ich könnte grad so richtig rülpsen. Ich hab grad einen... halben Liter Cola so richtig schnell runtergekippt. Ich tricke... Äh, 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 äh. Alter, ich müde mich mal kurz. Das wird der Jahrhundert. Alter. Alter. Okay, eins, zwei, drei. Oh Gott, macht gleich zwei. Nein! Ich brauch doch noch ein Stick. Lucky, lucky. Ich kann mir grad so vorstellen, wie lehrt ihr einfach mal einen abrülpst. So richtig... Boah, fertig. Drei Angeln. Hoffentlich, hoffentlich haben meine Eltern das nicht gehört. Die gucken, ich bin zwar im Keller und die gucken Fernsehen, aber pfff. Das gibt, das geht... So, da hättest du schon was hören können. Ach, egal. Hier, wie viel Level hast du? 30, ne? 30, ne? Ich kenne dich jetzt, nein, ich schätze. Kommst du mit? Ja, klar. Oh, warte, ich will noch schnell hoch. Haben wir nicht mehr? Schade. Kann man Host jetzt auch verzaubern? Host? Nee, ich glaub nicht. Kannst du mir einen scharf rot färben? Ein rotes Scharf? Ja, warte, warte. Nee, warte, warte. Nee, warte, warte, warte. Aber trotzdem, mach das mal. Rot braucht man immer. Nee, warte, ich hol jetzt erst mal kurz zu weed, damit ich die mal vermehren kann. Okay, soll ich das erst direkt nehmen? Ja, komm, nur direkt das erst. Oder am meisten Text? Ah, ich weiß nicht. Nimm den meisten Text. Am Anfang hat es das Glück gebracht. Jetzt wird es uns wieder Glück bringen, hoffentlich. Hab ich gemacht, rat mal was drauf ist. Da kostet sie drei und, keine Ahnung, unbreakend drei. Hm. Du hast fast recht. Was ist denn drauf? Haltbarkeit drei. Das war's. Ja. Och nö. Für Level 30. Ich glaub, das könnten deine Eltern gehört haben. Nein. Ich war nicht laut. Wie soll ich der Römsen sagen? Level 30. Unbreaking 3. Alter, auf nem Buch, auf nem Buch war Unbreaking 3 ultra geil. Aber auf ner Angel ist das so scheiße. Was bringt einem das? Angeln tut man doch eh nicht. Außer wenn man hat da Glück des Meeres. Eben wenn der Glück des Meeres 3 und Unbreaking 3 drauf wär, wär das ja geil. Weil, dann würd die auch noch nicht kaputt gehen. Aber nur nicht kaputt gehen. Die kostet ja nur Seiden und Holz. Das ist so kacke. Du glaubst gar nicht, wie aggro ich jetzt bin. Ich kann's mir vorstellen. Eigentlich nicht, ich bin immer gechallt. Das war eigentlich wirklich. Weil ich, ne, im Gegensatz zu dir, so Sachen eigentlich nicht ernst. Ich bin mir alles persönlich. Ich raste beim Zocken auch nie aus. Ja, okay, wenn Hacken da sind, dann kann ich nicht. Ich bin zu gewaltig. Ah, der Teil war z. Warte, ich mach jetzt noch Schluss. Weil es mal mich gerade zufrieden, Sauna bei. Dann von mir noch schnell die Chicks und dann kann er Schluss machen. Ah, da, da, da. Ach, ja, nennst du noch Stall. Hey, was machst du denn hier? Wo bist du? Ich bin gerade in, äh, dem Hühnchending von mir. Beziehungsweise von dir. Von deinem Alten da. Alter, das ist schon über 200 Folgen her. Hihi. Das regt langsam auf, wenn du immer sagst, dein Altes. Das ist, ja, mein Altes, aber das ist gar nicht mehr meins. Ich hab das so lang... Trotzdem ist es dein Altes. Du sagst, mein Altes Haus, ja? Obwohl mein Altes Haus das war, was extra in die Luft gejagt hat. Ach ja, damit hat es ja noch was anderes. Das war der Altes. Das war der Altes.